Moment. Was denn? Mark? Ja? Erinnerst du dich noch, wo wir durch unsere Hütte gegangen sind, an so einen Punkt angekommen sind und jetzt zwei hoch sind, wo wir erst mal dran vorbeigelaufen sind und später wiederkommen wollten, weil uns das Essen alle gegangen ist und wo auch einmal so ganz bisschen Lava zu sehen war? Äh, ja? In diesem großen Spalt, wo ich gesagt habe, das ist ja noch so ein Spalt, so, ich weiß nicht, was ich da ganz genau gesagt habe, aber da bin ich gerade. Ah, geil. Ich komme hier gerade so um die Ecke gelaufen. Hö, da sind Fackeln. Wie, wo, was? Und hier baue ich jetzt gerade Kuhle ab. Das ist so selten, dass Erz, das muss man halt einfach abbauen. Ja, dann bekommt er mal schön XP zum verzaubern, wenn ich denn mal irgendwann Dia-Sachen haben sollte. Ich werde schon wieder irgendwo ein Monster. Das ist Gold, wa? Ja. Okay. Starten. Kohle, 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 Kohle. da oben ist noch mehr kohle ok kohle lass ich jetzt erst mal liegen darauf habe ich jetzt gerade keinen bock so viele bäume sind gewachsen mir fällt auf ich habe nur zwei fackeln du hast du hast den rand schon von unserer farbe umgebaut mit holz oder was ja gerade warum ich meine bäume angepflanzt hat ja gelber alles geläht im herz geläht das geläht bewacht gerade unsere eingang unser eingang zur höhle ja da komme ich gleich ach moin du kommst gerade hallo ja ich komme gerade zurück müssen wir unbedingt noch mal da sitzen hier durch steintreppen die ganzen kram aua das spart denn so essen du hast ne fucking eisenrüstung ich weiß ich wollte ihn verarschen meine güte rennt er vom skelett weg mit einer eisenrüstung ein eisenschwert ich glaube es nicht das ist ein steinschwert warum hast du noch ein steinschwert weil ich das aufbrauchen möchte dann mache ich auch hin vor dir noch die tür zu so stein 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 erze so dann schmelze ich hier drin mal das und da drin schmelze ich mal ein gold da habe ich noch lapis und das sind alles monster drops die kommen da vorne rein zack 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 perfekt gold wert fertig ach du hast wieder gold gefunden ja und somit bin ich reicher als du wir bräuchten noch mal private kisten ich bin die ganze zeit mein ganzes geld ja ja ich weiß ich weiß ich wollte jetzt oben weiter bauen und dann unsere eigenen zimmer da einmal machen ja dann komm mal her hier und dann mach mal ein gärchen ach ja dann muss ich ja auch mal was machen mag ich zwölf für dich wenn ich bitten darf mag ich zwölf da ist ein creeper hallo creeper da draußen sieht es auch noch ein bisschen chaotisch aus oder das wolltest du auch noch mal irgendwann weiter bauen ich würde sagen wir bauen erst mal das weiter damit wir uns endlich mal tiere ganz züchten können ja ich glaube das hat noch zeit oder bei uns im dezenten essensmangel hat das noch zeit ja mark enderman teleportiert sich hier die ganze zeit höre ich nicht hier hätten hat irgendwer ein stück wasser weg gemacht mark das warst du letzte folge nein das war hier vorne das habe ich auch wieder ausgebessert ich habe jedenfalls keine eisen einmal vorbei kann ich das nicht gewesen sein es geht auch wenn man da einmal ein block hinsetzt ich habe auch keine blöcke hingesetzt sagen sie alle 1 2 3 was machst du da ich baue das nach oben willst du dich drinnen einfach in der mitte eine treppe oder so bauen anstatt außen am haus eine treppe diese treppe für dich die alle treppe für mich ist einfacher aber sie das war so dezent scheiße aus wenn du so ich war ich baue noch treppe und was weiß ich noch hin ja aber das ist außen am haus das macht man so eine mini und dazu gehen dann die zäune vom garten so komisch und ich hasse dass man die zäune sich mit was anderen connecten außer anderen zäunen da gibt es zwei möglichkeiten die ich mache entweder ich fackel alles ab oder ich bringe einen um der marki 12 heißt wer ist marki 12 weiß ich nicht so wieder brot machen so ich kann mir mal wieder eisenwerkzeug machen die linken holz holz da hinten waren sticks drin hier waren sticks drin ja zwei stück wow haben wir noch holz holz ich komme was warte ich hab holz nein ich muss ja eh die bäume fällen wie machbar war mal diese halben stufen drei dinger unten lang so ich hab mal ein paar sticks gemacht 1 2 3 1 2 3 er macht unser glas kaputt ja es hat mich böse angeschaut holz 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 ich hoffe die dschungelbäume die jetzt gewachsen sind die reichen holz 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 hol Nee, sollte passen. Ja, hat gereicht. Perfekt. Dann kann ich mit der Erde gleich nochmal das Ding auffüllen. Unser Beet wäre damit erst mal vorerst offiziell fertiggestellt. Ah, Beet meinst du jetzt hier Weizenkram oder was? Unser Beetfarm, ja. Ich finde da was nicht in Ordnung. Ich finde da was einfach nicht in Ordnung. Verdammt, wir haben keine Zäune mehr. Ah, dann ist sie da. Dirt ist noch genug da? Nein, 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 nein. Moment, wir haben... Moment. In der Erdekiste... Ach, der ist fast so eine komplette Reihe frei. Ich kümmere mich drum. Die Größe von den Zimmern her ist okay, ne? Was? Die Größe von den Zimmern nach oben her ist okay, ne? Vergess nicht Chris, aber ja, ist in Ordnung. Ah! Komm mal kurz nach oben, der kriegt das hier. Vergess Chris nicht. Voll vergessen. Voll vergessen. Nein, macht noch eine Etage und die kriegt Chris fertig. Aber die ist noch größer. Das ist aber ein schräges Dach, denn dann machen wir einfach so ein schräges Dach, denn denkt er hat zwar mehr, aber in Wirklichkeit ist das voll die beschissene Wohnung, weil er so ein schräges Dach hat. Ah, ah? Ja, mal gucken. Oder er kriegt den Keller. Eine Frage an dich. Möchtest du, dass zwischen unseren beiden Zimmern gelassen ist, dass man gegenseitig sehen kann oder willst du lieber so top secret behalten? Ähm, du meinst so... Also nur ne kleine Reihe mit Glas, dass wir uns gegenseitig sehen können, wenn wir von zum Zimmer gucken. Äh, ist mir scheißegal, aber ja, könntest du machen. Das sieht nämlich ein bisschen chill aus. Wenn du so auf mich stehst, dann kannst du das sehr gerne machen, ja? Ja, ich will gar nichts machen. Chris kriegt ein Glasboden, kann man unter seinen Rock gucken? Wir haben ja auch Glasboden. Wir haben ja auch Glasboden. Aber wir haben keine Röcke an. Wir haben gar nichts an. That's white. Das ist weiß. Drei Eier und daraus kamen zwei Jungtiere. Alter, wie viel Glück. Hm. Wie viel Glas haben wir eigentlich, ne? Äh, ich glaub nicht mehr als zu viel, aber... 16. Es ist zu wenig. Ich brate mal ein bisschen san. Ja, ich hab Brat gesagt. Aber schön würzen, ne? Ja. Salz, Pfeffer, Curry. Das ist dir lieber. Ich glaub wir haben...